Dieser Fehler wird dein E-Commerce-Geschäft 2024 zerstören. Deswegen mach ihn bitte nicht. Das ist eine wahre Geschichte, die ist eigentlich gar nicht lustig, trotzdem erzähle ich sie dir. Folgendes, wenn du ein Unternehmen hast, das einen funktionierenden Marketing-Funnel hat, das heißt, ganz oben hast du Top of the Funnel, da kommen neue Leute rein, dann hast du Mittel of the Funnel, das ist der Bereich, wo du Leute, die bereits mit deiner Webseite oder deinem Unternehmen interagiert haben, wie der Inhalte von dir zeigst und ganz unten hast du den sogenannten Bottom of the Funnel, das ist ganz unten, da wird das Geld verdient, da kommen wirklich die Verkäufe zustande oder die Leads, die bei dir anfragen, damit du selbst die Verkäufe machen kannst. Das ist ein typischer Marketing-Funnel und wenn so ein Ding einmal funktioniert, dann hat es leider den Nachteil, dass das meiste Budget geht in Top und Middle of the Funnel. Und was ich selbst erlebt habe, ist folgendes, wir gehen jetzt in wirtschaftlich schwierige Zeiten, 2024 wird vielleicht für manche Unternehmen nicht so einfach werden und das bedeutet, man muss irgendwo sparen. Und dann ist es total schlau, dass man im Marketing spart, weil diese Kosten sind sowieso unklar und undefiniert und was man dann gut machen kann ist, man nimmt den Top und den Middle of the Funnel einfach weg, spart ganz viel Geld und dann, wenn du das machst, passiert etwas ganz Interessantes. Nämlich im ersten Moment, wenn du nur noch den Bottom of the Funnel hast, also da, wo tatsächlich die Umsätze passieren, dann wirst du für ein paar Tage oder für ein paar Wochen ganz plötzlich einen enormen Return on Investment haben, weil die Kosten aus dem oberen Bereich des Funnels wegfallen, du nur noch die Kosten aus dem untersten Bereich des Funnels hast und gleichzeitig die Umsätze noch da sein werden. Und das sieht dann so aus, als hättest du den Stein der Weißen gefunden. Und das hat ein Kunde von uns tatsächlich gemacht. Er hat diesen Stein der Weißen gefunden und hat es geschafft, seinen Return on Investment über Nacht zu verdreifachen. Einziges Problem, wenn oben nichts mehr nachkommt, dann trocknet dieser Bottom of the Funnel irgendwann aus. Das hängt davon ab, wie lange die Customer Journey deiner Kunden normalerweise ist. Das kann mehrere Tage sein, das kann auch bis zu drei Wochen sein. In dem Fall von unseren Kunden war es sogar länger, da waren es sogar mehrere Monate, aber jetzt ist dieser Funnel komplett trocken. Und jetzt passiert etwas ganz Komisches, jetzt funktioniert das gar nicht mehr. Da kommen kaum noch Umsätze, egal wie viel sie unten reinwerfen, es passiert nichts mehr, weil was sie nicht verstehen wollen, ist, dass Top und Mittel of the Funnel gefüllt werden müssen. Und auch wenn wir sie heute befüllen, es wird Monate dauern, bis Bottom of the Funnel wieder alles funktioniert. Und dieser Mechanismus, der könnte dein Unternehmen über Nacht zerstören. Das heißt, bei diesem Unternehmen wissen wir, da sind die Umsätze dramatisch eingebrochen, das wird Arbeitsplätze kosten. Und da solltest du unbedingt aufpassen, dass das dir nicht auch passiert. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg.